Neue Kamera, ihr könnt es vielleicht sehen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich sie endlich habe und dass ich jetzt richtig gute Videos machen kann, bei denen ihr mich auch in super HD auslachen könnt. Das Problem ist nur, im Moment geht es noch nicht, weil ich bin noch bei meinen Eltern und habe hier nur ein Teleobjektiv. Das heißt, ich muss so 10 Kilometer weit wegstehen von der Kamera, um mich selber zu filmen. Und das ist daumäßig anstrengend. Von daher gibt es im Moment eine kleine Zwangspause bis zum neuen Jahr. Ich weiß, dass es lange ist, tut mir auch wahnsinnig leid, aber es geht gerade eben nicht anders. Also bleibt mir bis jetzt erstmal nichts, außer euch einen guten Rutsch zu wünschen. Und ich hoffe, ihr feiert schön. Und hups, das war mein Handy, Entschuldigung. Tja, und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder beim Serpensonntag und natürlich auch am Mittwoch, so wie es sein soll. Macht's gut!